Deutschland wird voraussichtlich am 23. Februar vorgezogene Wahlen abhalten, nachdem am Dienstagmorgen eine Vereinbarung zwischen den parlamentarischen Fraktionen der wichtigsten Sozialdemokraten und den Oppositionellen Konservativen getroffen wurde. Das Datum muss offiziell vom Präsidenten, Frank-Walter Steinmeier, bestätigt werden, aber dies wird als Formalität angesehen. Das Datum, sobald es bestätigt ist, wird Klarheit bringen nach Tagen interner Konflikte und Spekulationen nach dem Zusammenbruch der Regierungskoalition im Land in der vergangenen Woche. Die Koalition zerbrach, nachdem der Kanzler Olaf Scholz von den Sozialdemokraten seinen Finanzminister Christian Lindner von der Pro-Business-FTP nach einem langen, mehrere Monate andauernden Streit über die Art und Weise, wie die mehrmilliardenschwere Lücke im nationalen Haushalt gefüllt werden sollte, entlassen hatte. Scholz wird am Mittwoch vor dem Parlament sprechen. Er wird voraussichtlich bald das Datum für das Misstrauensvotum gegen die Regierung bekannt geben, dass seine Koalition voraussichtlich verlieren wird, was den Weg für vorgezogene Wahlen ebnen wird. Die Abstimmung könnte am 18. Dezember stattfinden.